Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talken Rock, einem kleinen Jam. In knapp 60 Minuten versuche ich mit ein paar Instrumenten Musik zu machen und lade euch ein, dabei zu sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein bisschen zuschauen. Es gibt auch ein Video, das heißt, ihr müsst im Netz mal schauen. Im Radio ist natürlich blöd, aber eigentlich ist es eine Radiosendung und auch eine Art Podcast. Also alle zwei Wochen versuche ich hier was aufzunehmen und ein bisschen Musik zu machen. In knapp einer Stunde ein Song oder zumindest eine Skizze entstehen zu lassen. Das Ganze heute hier aus dem Homestudio bei mir und dazu begrüße ich euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und werde mal schauen, wo die Reise hingeht. Es ist quasi nie vorher ganz klar, was hier so passieren wird, aber irgendwas muss ja passieren. Und deswegen schaue ich mal, was so bei dem Rumgefreckel hier so rauskommt. Es ist natürlich experimentell irgendwo und ein Stück weit auch immer, keine Ahnung, was auch immer. Aber vielleicht ist der Weg eigentlich ganz witzig und am Ende kommt irgendwie was Hörbares bei raus. Manchmal quietscht und brummt es vielleicht ein bisschen, aber vielleicht könnt ihr das aushalten. Ich hoffe, dass ihr durchhaltet. Wird mich freuen. Mein Name ist André Neumann und ich wünsche euch jetzt mal gute Unterhaltung. Wie gesagt, ihr könnt parallel dazu im Netz auf das Video dazu schauen und mal gucken, ob euch das vielleicht gefällt. Ich schaue mal einen Song in den nächsten 60 Minuten. Seid dabei. Ich schaue mal einen Song in den nächsten 60 Minuten. Ich brauche am Anfang wieder das Metronom, um zu wissen ungefähr, wie das Tempo ist. Wir sind bei 104 BPM. Ich hab haltetet. Ja. Wir sind bei 10 Minuten. Amen. So weit vielleicht mal der erste Loop. Schauen, ob von der Gitarre was dazu passt. 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 Musik Musik Soweit zwei Loops, Gitar und Piano, nichts besonderes. Mal schauen, ob sich dazu ein Schlagzeug holt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020